Guten Morgen aus eurer Bücherei. Wir haben euch ein paar Wünsche aus dem Wunschbuch erfüllt, unser allseits beliebtes Wunschbuch, und heute beginnen wir mit den Krimis. Da haben wir als erstes einen tollen Schweden-Krimi von der Christina Olsen, Die Tote im Sturm. Das ist ein neuer Ermittler, August Trindberg, und der zweite Band, den gibt es 2023. Dann haben wir zweimal Andreas Krimis, Andreas Gruber, Todesrache. Bleib mal du schön da. Das ist der siebte Band, um das Ermittlertin Snyder und Nemes, und der Andreas Franz, Todesruf. Auch die Julia Durand muss wieder einen Fall im Zuhältermilieu lösen. Viel Spaß damit, und nächste Woche gibt es dann Sachbücher neu. Tschüss!